was geben so wir haben elf musikstücke zur auswahl ich möchte dass du singt ja ich hab schon ja ich hab ich glaube ich 20 sechs brot bei mir also okay der ist genau hinter dir 16 uhr okay alle disqualifiziert kein feuer wir sind jetzt ein lauf ich fahre einfach mal eben in der ein lauf auch trikots mal der holo holo sind wir mittlerweile vollständig nein immer noch nicht kaku ist online dem ist er will ich nicht schon er ist online aber er ist auf kre ich schreibe ich versuche schon die ganze zeit eins zu schreiben wir hatten auch noch einen fünften von der rockland ein fachser daiger du weißt dass du dann äh game mode ausmachen musst du für die spiele meike komm hierher ich habe dachte ich fliege jetzt die ganze zeit rum deswegen sage ich sie ja noch mal ich weiß aber noch am essen hat ja so richtig äh black jemand geht das nicht das geht nicht ach deswegen ist nicht schlecht die gold noch mal runter kommen und ich mag das mal erklären dass ich habe mich zu tun hat muss es werden könnt ihr auch immer spielen nein es geht über den chatraum jedes team muss vorher jetzt aufreinfolge festlegen wer läuft als nächstes wer läuft als zweites wer läuft als drittes und wer läuft als viertes kreislauf der channel kann ich so zehn krieg auf laufen lassen wenn wir irgendwann meine fps stabil bleiben dann wäre ich hier schon nicht ich krieg keinen hunger ich bin wahrscheinlich falsch ja natürlich naja wer läuft als erstes von euch ich glaube als erstes ähm wo sind meine grausleiter oh man juhu ich glaube als erstes hoffentlich kommt er noch ja hoffentlich ich glaube als letztes ja also karko läuft als letztes bei uns muss er ja falls er überhaupt kommt also soll ich mal kurz erklären sucht euch doch schnell einen ersatzspieler ja bitte erklären also es läuft fest äh nero gar ich hol dir bitte raus nehmt Mike oder so ja darf ich jetzt erklären danke ähm jeder team stellt halt ihren ersten mann da vorne auf die redstone linie und dann gibt es für alle gleichzeitig ein signal also wenn diese nether scheiße da runter geht dann kann man loslaufen dann läuft die erste person hinter zum knopf drückt den knopf dann leuchtet es kurz dann die ganzen hürden wieder zurück und wenn er dann ankommt und dann auf die druckplatten kommt dann werden die äh nether äh steine hier wieder runter gezogen und dann darf der nächste loslaufen und dann alle vier oder ja bei dem team bei dem als alle vier als erstes durch sind hat gewonnen würde ich sagen äh vielleicht solltest du das nochmal in den chat schreiben weil nächste quick ist nicht hier ist nicht hier nächste quick kriegt aber auch gar nicht mit ne ich kann doch ich bin jetzt bei tbs ja richtig steht aber nicht in der liste was mir gerade ge- doch doch mutter schrug ja ich habe die sechs weiche verletzte quick hörder moin man mal die join your channel so ja klar mal ein kommst du ja es geht nicht los möchtest du das ich bin da nein ich wollte nur mal gucken ob ich es noch kann mit dem rennen mhm genau ich wollte mal gucken und es wird nicht auf den hürden geschwungen was du schreibst anhalten mach mal kurz im chat oder ne tom macht es wir sind teilnehmer wir sind teilnehmer ich bin teilnehmer ja den mic fängt du an was haben wir für eine reine stehen du zuerst ich gehe als dritter dann mach ich zweiter neji machst du als dritter ja mach ich die aufstellung und der vierte ja was ist wenn ja ja nur noch ein problem oh man ey kriegt mich jetzt voll auf ey ihr entzucht euch doch einen Ersatzteam wir metern hier vorne über die straße und über hier gehören gut also tps haben jetzt auch vier Mitglieder zusammen die aber äh wieder fehlt irgendwie dann möchte grad einer der wenn ich jetzt mitten am anfang aufhören würde zu sprinten und dann da stehen bleibe ich muss den pain ja ja gute frage ja habt ihr noch einen Ersatzteam tja frag doch hier was weiß ich äh wer ist denn noch im Publikum und möchte gern mitmachen ähm tommi zum beispiel kann ich ja auch kann ich ja auch besetzen oder aperion da muss er aber die ganze zeit für pain spielen naja ja ihr könnt auch aperion fragen zum beispiel oder äh was ist denn noch da ecordo kordo ähm blacky klappt das gar nicht ganz so her ich mein die kordo ist sogar da also von daher siehst du mich da drauf stehen im ts ist er nicht wo drauf stehen ich schreib ihn mal an warum ist eigentlich keiner von tbs im äh tss weil ich es nicht drauf haben weil ich es nicht drauf haben komm hier hallo man würde dann merken als sie reden auch blacky blacky ja genau holo kommst du dann doch die ganze zeit da rum nein so mach schuhe jetzt ritter holo hinstellen ist mir egal kann auch der letzte sein der versagt also ich steh ganz gerne ich steh ganz ich steh gerne ganz hinten dann kann ich wenn das nicht sagen ihr habt mir eine scheiß vorlage gegeben ja genau ich mach das genauso wie er wie schuld auf die anderen schienen die nosen kommen dann nach vorne ich mein solange gray nicht mitläuft haben wir noch eine rechte oh leute wenn der teil auf du ist nein ich will nicht ähm hat ihn ja erst dein mein back geht voll in die hose er startet für pearlex ja das muffelt ja 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 also jetzt sind alle da außer jetzt wehen na ja aber ikordo springt rein gut ich müsste jetzt da sein hallo hoi regeln hast du mitbekommen ich habe jetzt vierten ja wir haben vierten ja wir haben vierten ich will jetzt als fünfter laufen ja äh vierten ja wir haben jetzt irgendwann Lust da laufen ikordo wo ist ikordo wo ist ikordo kreis er Frage denn unter Da ist Ikordo. So, haben wir's da, Alec? Hast du den Knopf an der rechten Äußerung noch verändert? Dass dann ein paar Team zu dem Knopf ist und so? Ikordo hört uns. Ja, Ikordo, du solltest dich jetzt hier bei Energy Effect Neurogar mit aufstellen. Du wirst dann beim Team SST dabei. Siehst du das Schild da? Was macht Würder da? Warum stellt er sich nicht gescheit hin? Kann er nicht lesen, oder was? Ja? Also geht er doch. Gut. Ich weiß, er aber leckt ein bisschen, das ist nervig. Oh ja. Ja, das geht aber nicht. Hat mir gestern schon mitzukämpfen, aber... Gibt schlimm aus. Willkommen in 1-3. Ihr könnt ihr gar nicht richtig überpumpen, auf den Zäun springt. Leckt. Meinde? Ja. Zack. Bleck, du hältst. Nach vorne gucken. Verteidigung. Okay, ich kontrolliere. Oh Scheiße. Wann geht's los? Gleich. Ich bin aufgeregt. Wir machen aber ohne Sprinten. Was? Panja? Panja, du bist so langsam. Vom Panja. Ja. Ja. Einer trödelt dich. Halt zum Hohle. Komm zurück. Ja. Nicht einschlafen, Junge. Geht's jetzt. Aber die Rückfahrten werden nicht so loslaufen. Los. Los. Los gleich. Der ist nicht losgeschwindet. Ich konnte da nichts für. Beweg dich. Bewegt dein bayerischen Hintern. Oh Scheiße. Ja, ich hab's gemerkt. Schmerz. Aber egal. Polo, spinnst du. Äh, Mikey, bitte auf die Tribüne, ja? Alter Polo, wir müssen dich ja Grey umbenennen, oder was? Weck mich. Irgendwie hängt bei uns der Schaltung. Unsere Hürde ist kaputt. Ja. Aber ich sehe, ich sehe, wann auch die Druckplatten kommt. Ich fleck total. Ja, geh halt wieder hin. Ja, ja, schieb mir ruhig, Junge. Lauf los. Los. Toll, Laigan, deine Schal... Ja, okay. Deine Schaltung funktioniert ja toll. Okay, Korte schlägt schon ganz gut. Hey Korte, nicht auf den Hürden hüpfen. Ah. Durch. Wir sind durch. Gewonnen. Los, Laigan. Los, Rebi. Bronze. Wir haben echt gewonnen. Ja, gewonnen. Du kriegst dich doch. Ja, sauber. Ja, wuuu. Ja, wuuu. Wow, ist es weiter? Hey, erste Formelalie. Unser Kumpf wird stehen. Da wird doch noch ein bisschen Vorsprung rausgeholt. Obwohl ich allendlich gefehlt habe. Obwohl ich nicht so trödeln müssen. Ja, ich hatte totale Lecks, aber was soll's. Ich habe nicht gesehen, ob ich den scheiß Knopf gedrückt habe. Ich auch nicht. Ich bin nochmal... Also Korte ist über die von Hürde zu Hürde gepft, aber ich denke mal, das hat keine Relevanz gehabt. Auf dem Ausgang, oder? Ne. Ich habe jetzt also nicht gesehen, wer jetzt gewonnen hat oder sowas, ja? Ja, wir haben gewonnen. Wir sind es. SST. Amar hat gewonnen. Amar hat gewonnen. Amar hat gewonnen. Amar. Timestamps setzen oder so, dass ich mir das in Videos echt markiere. Und sowas kommt echt. Amar, dank die Ghosts. Wer Dritter war, weiß ich nicht. Lippie, davon hätte ich auch gerne noch einen Outtake-Cut oder sowas. Also ich hätte gesehen, wer Dritter war das? Der Dritter waren doch wir hier, Sharna. Wir waren Zweiter, oder? Ne, Dritter. War Dritter. Wieso Dritter? Amar, SST und dann Sharna. Achso. Ach Scheiße. Ich bin hängen geblieben an der letzten Hölle. Ich bin ein Fünf hängen geblieben. Hätte auch keinen Unterschied mehr gemacht. Ja, solange Ray nicht dabei ist, ne? Genau. Wenn ich erstmal hinein kann, dass ich nicht sprinte, dann hole ich euch den Vorsprung. Hast du gut gemacht, Patschum. Ich habe auch ungefähr zweimal aufgehört zu sprinten zwischendurch. Ui, Panschum. Den anderen habe ich gar nicht gesprintet. Ja, weil man nicht wie heute kommt. Dass du willst meine Tastaturen nicht zerstören, weil ich gerade einen Laptop habe. Ja, verstehe ich nicht. Und kann man auch austauschen. Äh, ja. Aber nicht, wenn die Tasten so fest sind, dass du den nur mit einem Hammer rausbrechen kannst. Also, um... Hat's irgendwann mal gefehlt? Amar, SST und... ...Stana. Oh, was ist denn? Hat's wer gefehlt? Ich schwöne wieder als erstes. Ich würde mal sagen, jetzt die Reihenfolge andersrum, oder? Ich als zweites. Rock, willst du mal? Nö, nö, ich schwöne es gut rum. Okay, äh, wenn du die oben als erstes und ich als letztes. Oder? Wir sind hier dann. Achso. Jack, stellst du wieder Schilder auf, oder willst du... Ja, ich mach's mit Schildern. Du musst auf die andere Seite. Du musst auf jeden Fall auf die andere Seite. Hä, du Sau, du machst mit Schildern, also echt. Oh yeah. Welche Regel muss immer noch springen? Ach, genau. Nicht die Seerhosen berühren. Okay. Ja. Gibt's ja auch einen Knopf. Und dann läuft das hier nach hinten schwimmen, drücken und wieder her schwimmen. Hier haben wir auch wieder einen Knopf. Und dann fällt auch der zweite Mutter und kann durchschwimmen. Hat das jeder gesagt? Ja. Wenn ich hab Pech gehabt. Ja, so ich genauso. Wo stehen wir denn? Bahn 2, oder? So, wieder die Reihenfolge. So, wieder die Reihenfolge. So, wir überstecken. Wenn wir Bahn 2 umgehen. Ja, diesmal anders sind die Reihenfolge. Ne, SST ist Bahn 2. Okay. Wir haben Bahn 1. BBS. Maki. Iiii. Gleich Reihenfolge? Maki. Maki. Maki, geh mal zur Seite ein Schild setzen. Okay. Maki. Maki, grüß. Wenn ich dann, du bist Nummer 3. Pascal kommt nach mir. Ja. Okay. Maki. Denk an er Sprinten. Oh, ja. Drenk, Sprinten, einfach so einfach. Ja. Ja, das geht Musst einmal ein Fußboden Hier ist am A, Bahn 4 Oh und Bahn 5 sind natürlich die Overbrows Oh man Ich nehme wieder den hintersten Platz Du hast 5 gesagt, nicht 6 Bahn 4, ein bisschen Am A ist 4 Ich mach 2er Rippie wird da, oder? Rippie reißt es wieder raus Ja